Trainerwechsel zu Kohfeldt, wirkungslos. Kruse-Effekt verpufft, Millionentransfers ohne Erfolg. Der VfL Wolfsburg hat den Abstieg verdient. Das ist die Meinung von unserem Reporter Thomas Hiete. Warum, das erzählt er mir heute in Was geht Bundesliga. Und wir haben einen zu Gast, der 2017 selbst im Kader stand, als der VfL in die Relegation musste. Christian Tresch erklärt uns, warum die Lage für Wolfsburg so gefährlich ist. Der VfL Wolfsburg steckt schon wieder in der Krise. Und da hilft ja aktuell irgendwie auch Max Kruse nicht. Und die eine oder andere böse Zunge sagt schon, hätten sie Marc van Bommel mal lieber behalten. Manchmal muss man schlau sein. Ja, und besonders schlau muss jetzt natürlich Florian Kohfeldt sein und Lösungen finden, damit die Wölfe nicht noch absteigen. Noch haben sie ja 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16, aber die Form spricht so ein bisschen gegen sie. Und deswegen die Frage an euch, wie groß ist die Abstiegsgefahr für den VfL Wolfsburg? Ab mit eurer Meinung unten in die Kommentare. Und dann abonniert natürlich auch den Kicker-Kanal, damit ihr auch kommende Woche unser neues Format kompakt nicht verpasst. Wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen. Sonst findet ihr sie hier nochmal eingeblendet, wenn ihr sie verpasst haben solltet. Auch dazu natürlich gerne Kritik, Lob, Liebeserklärung. Alles, was ihr wollt, unten in die Kommentare. Wir freuen uns darüber, das Ganze halt auch ein bisschen mit euch weiterzuentwickeln. Was ist denn in Wolfsburg schon wieder los? Die Lage, in der sich die Wölfe befinden, kann er top einschätzen, denn er war 2017 bei der Relegation dabei und war eine stets verlässliche Dampfmaschine auf außen. Und bei mir Teil sämtlicher Fußballmanager, Carla. Christian Tresch, moin. Guten Morgen. Ja, du hast mir ein paar Punkte geholt früher, weiß ich noch. Ich habe noch Communio gespielt damals, immer in der stabile 2,5. Das waren die verlässlichen. Das freut mich. Ja, du hast ja nach deiner VfL-Zeit dann nochmal beim FC Ingolstadt und in Dubai gespielt. Wo erwischen wir dich jetzt und was machst du momentan eigentlich? Jetzt bin ich wieder in der Heimat. Ich bin in Ingolstadt wieder, zu Hause bei der Familie. Ich habe mich jetzt für die Trainerscheine beworben beim DFB. Ich möchte in die Trainerlaufbahn einsteigen, aber bewusst die Trainerlaufbahn für jugendliche Kinder. Erstmal nicht Profibereich. Ich möchte einfach mein Wissen an die Kinder weitergeben, das ich erlangt habe. Und da freue ich mich drauf. Coole Sache. Sind wir natürlich gespannt und verfolgen das natürlich auch, was da bei dir in nächster Zeit passiert. Wir müssen heute aber über den VfL Wolfsburg sprechen. Nur vier Punkte aus den letzten sechs Partien, drei Niederlagen in Folge. Jetzt gab es auch ein kleines Donnerwetter von Jörg Schmadtke, der eine Ansage gemacht hat. Jetzt hat man noch fünf Punkte Vorsprung, aber das kann natürlich tückisch sein. Wie gefährlich ist aus deiner Sicht die Lage für den VfL? Das ist natürlich eine gefährliche Situation. Ich habe dasselbe mitgemacht, wie du schon gesagt hast, 16, 17. Man denkt, als Mannschaft ist man gut genug. Man hat super Einzelspieler, man hat Nationalspieler von sämtlichen Ländern im Kader. Und da gehst du natürlich nicht davon aus, dass du in den Abschießkampf reinrutschst. Wir haben das damals auch erlebt. Wir hatten einen unglaublichen Kader mit Gustavo, Naldo, Verinha, war Europameister. Also wie gesagt, wir waren gespickt mit hochkarätigen Spielern, sind aber letztendlich dann wirklich in die Relegation gekommen. Und das ist ganz gefährlich. Und wenn man das Restprogramm vom VfL sieht, dann ist das nicht ohne. Jetzt geht es gegen Bielefeld, gegen den direkten Konkurrenten. Solltest du da verlieren, dann ist natürlich noch mehr Druck im Kessel. Auf jeden Fall. Restprogramm sprichst du an. Sie haben noch Bayern und Dortmund vor der Brust. Gut, die Bayern am letzten Spieltag. Das könnte dann vielleicht schon in Sachen Meisterschaft entschieden sein. Und die Bayern, naja, vielleicht ein paar Prozent nachlassen. Wobei es sind halt einfach die Bayern. Also das ist dann, glaube ich, auch irgendwie egal, in welcher Lage sie sich befinden. Ja, das ist eben, was du sagst. Das ist das letzte Spiel von Bayern. Ich glaube, Bayern will sich nicht die Blöße geben, den Saisonabschluss mit einer Niederlage aufzuhören. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die das locker angehen. Und wie du auch gesagt hast, das sind die Bayern. Die haben einen Kader von 23 Mann und das sind 23 Mann Hochkaräter. Und deswegen ist da eigentlich egal, wer spielt. Es bleibt ein schwieriges Spiel für den Vollfeld. Auf jeden Fall. Und jetzt hast du gerade die Parallelen zur Saison 16, 17 schon angesprochen. Ihr hattet damals wirklich einen Kader auf Champions-League-Niveau. Du hast angesprochen. Luis Gustavo, Riccardo Rodriguez, Christian Tresch. Und auch diesmal ist der Kader ja nominell für internationale Plätze eigentlich schon Kandidat gewesen, auch vor der Saison logischerweise. Man hat Champions-League gespielt. Man hat Millionen ausgegeben wieder. Was ist denn bei euch damals schiefgelaufen, was vielleicht dieses Mal auch wieder schieflaufen könnte? Ich finde, man kann gut Parallelen zu dem ganzen ziehen. Der Kader ist natürlich ausgelegt, dass man international spielt. Der Start ist aber nichtsdestotrotz, ich glaube, mit fünf Siegen in die Saison hinein. Mit Van Bommel wird dann aber entlassen. Und seitdem ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drinnen. Sie machen gute Spiele, verlieren trotzdem. Dann spielen sie mal wieder schlecht, wie jetzt zum Beispiel gegen Augsburg. Wir haben keine Griffigkeit im Spiel drin. Und ähnlich war es bei uns auch damals. Wir hatten den Kader für die Champions League ausgelegt. Wir hatten einen extrem hohen Etat. Was natürlich immer sehr wichtig für die Fans ist, wenn man das sieht. Der Etat ist hoch, also muss man oben mitspielen. Und da war auch das Denken, ja gut, eigentlich kann uns ja nichts passieren. Wir sind ja viel zu gut. Für Hamburg, für Bremen, was weiß ich, was für Mannschaften noch da waren. Und das ist sehr, sehr heimtückisch. Ich glaube, vielleicht ist bei dem einen oder anderen das Denken drin. Ja gut, ich bin ja viel zu gut für den Abschließkampf. Eigentlich müsste ich ja Champions League spielen. Aber man spielt nicht Champions League. Und man spielt auch nicht um die internationalen Plätze. Und das ist das Gefährliche. Aber das ist ja dann am Ende auch irgendwie eine Charakterfrage. Ich frage mich dann immer so von außen. Ja gut, aber wenn du jetzt auf Platz 14 stehst, wie es der VfL gerade tut. Fünf Punkte Vorsprung ist jetzt auch nicht so viel. Spätestens dann muss ich doch wissen, was die Stunde geschlagen hat. Also diese Grundtugenden des Fußballs haben ja auch alle irgendwann mal gelernt. Also was ist dann, würdest du sagen, das ist dann wirklich, hat mit individuellen Charakteren zu tun. Und dann gibt es halt einige, die gehen diesen Weg vielleicht dann nicht so mit und hauen sich eben nicht so rein. Und das zieht dann die ganze Mannschaft runter? Ich will jetzt nicht zu irgendeiner Charakterfrage stellen. Also natürlich gibt es, wenn du erfolgreich bist, mehr Empfindlichkeiten. Du fährst in deiner Nationalmannschaft, du brauchst das, du brauchst das. Du bist mehr im Fokus drinnen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendeiner diese Situation komplett unterschätzt. Es ist natürlich schwer zu sagen, okay, eigentlich müsste ich ja höher spielen. Oder an einem besseren Tabellenplatz stehen. Aber ich bin es momentan nicht. Da den Schalter dann umzulegen, ist nicht so einfach. Wie gesagt, bei uns war es damals auch so, ja gut, was soll uns denn groß passieren? Und auf einmal bist du in der Relegation, geht es gegen Braunschweig, war auch noch Derby. War natürlich sehr aufgeheizt, die Stimmung in der Region. Weil einfach Braunschweig, Wolfsburg eine Riesenrivalität da ist. Und dann den Schalter umzulegen, ist nicht so einfach. Es waren sehr enge Spiele. Wir haben zwar beide mit 1-0 gewonnen, aber Braunschweig hatte die Chancen. Hatten die Chancen, in Führung zu gehen. Und wenn du dann hinterherläufst, in so einer Situation drin bist, dann kann das ganz schwer werden. Wir haben es zum Glück geschafft. Das war sehr wichtig, weil es einfach nicht nur für uns Spieler wichtig ist, nicht abzusteigen. Aber auch für den ganzen Verein. Es stehen Existenzen auf dem Spiel. Du hast auf einmal fehlende Fernsehgelder. Arbeitsplätze müssen gestrichen werden. Also es ist ein Rattenschwanz, der da dran hält. Und das Stichwort für den VfL ist jetzt eben, das haben wir jetzt ja auch umrissen, Abstiegskampf annehmen. Und statistisch gesehen lässt der VfL das so ein bisschen vermissen. Denn sie laufen nur 111 Kilometer pro Spiel. Das ist der schlechteste Wert in der Bundesliga. Und zum Vergleich, der nächste Gegner, Bielefeld, läuft dieses Spiel im Schnitt 8 Kilometer mehr. Und ist damit Spitzenreiter. Steht dem VfL sein Selbstverständnis auch in dieser Saison im Weg? Das würde ich nicht unbedingt sagen. Der VfL ist natürlich eine Mannschaft, die spielerisch sehr stark ist. Sie brauchen den Ball, sie wollen Ballkontrolle haben, sie wollen das Spiel kontrollieren. Oft machen sie dann sehr, sehr einfache Fehler, die die Gegner einladen, Tore zu schießen. Man hat es gesehen, wie einfach das 1-0 gegen Augsburg gefallen ist. Der marschiert dort durch den 16er durch. Es sind einfach Kleinigkeiten, die momentan den Unterschied ausmachen. Aber die Kleinigkeiten sind dann letztendlich ein Riesenfehler. Und das ist so ein bisschen, was mir Mut macht an der Gang und Geschichte. Dass es andere Mannschaften gibt, die größere Probleme haben. Die teilweise für mich viel schlechteren Fußball spielen wie Hertha. VfB ist auch immer so eine Wundertüte, muss man sagen. Mal spielen sie Hopp, mal sind sie richtig Flop. Und deswegen bin ich da zuversichtlich, dass das für den VfL einfach spricht. Lass uns nochmal ganz kurz dann auf das Spiel gegen Bielefeld gucken. Da kommt Florian Kohfeldt zurück nach seiner Corona-Erkrankung. Sein Punkteschnitt beim VfL liegt bei 0,95. Es gibt keine Trainerdiskussion, hat Jörg Schmadtke gesagt. Für mich ist aber immer so ein bisschen das Ding, also was ist jetzt eigentlich seine Spielidee? Ich kann es irgendwie nicht so wirklich erkennen, seit er beim VfL ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, auch schon in den letzten ein, zwei Jahren bei Bremen fiel mir das schwer. Kannst du da was sehen? Ich muss erstmal dazu sagen, ich finde es super, dass es keine Trainerdiskussion gibt. Heutzutage ist das Fußballgeschäft so schnellliebig, weil es einfach um so viel Geld geht. Wenn ein Trainer drei, vier Spiele nicht performt, ist er sofort weg. Ich finde es gut, dass meine Mannschaft an einem Trainer festhält, auch wenn es nicht so läuft. Natürlich muss man sich hinterfragen, macht man nochmal einen Trainerwechsel, gibt man nochmal einen neuen Impuls. Aber das bringt dann nichts, zwei Spieltage vor Schluss zu machen. Sondern das musst du dann fünf, sechs, sieben Spieltage vor Schluss machen, dass der Trainer, der neue Trainer auch noch Zeit hat. Von dem her finde ich das sehr, sehr gut. Ich weiß, Dieter Hacking, glaube ich, wurde mal auf Platz vier entlassen oder Platz fünf bei Klappach und man sagt, okay, wow, das kann eigentlich nicht sein. Und deswegen finde ich das in erster Linie gut, dass er in erster Linie da festgehalten wird am Trainer. Florian Kulfel, ich muss sagen, ist für mich ein sehr sympathischer Trainer, auch schon bei Bremen gewesen. Die Spielidee ist natürlich sehr schwer. Der VfL hatte letztes Jahr ein sehr gutes Umschaltspiel drin mit Oliver Glasner. Ich weiß nicht, ob er das auch so spielen möchte. Er hat sehr spielstarke Spieler drin. Es ist teilweise, wie gesagt, sie wollen spielen, aber machen zu einfache Fehler, um in ihren Rhythmus einzukommen. Und das ist natürlich für eine Mannschaft sehr, sehr schwer, dann irgendwie in eine Kontinuität einzukommen. Ja, aber der Punkt, den du genannt hast mit dem frühen Trainer oder den Trainerwechsel kurz vor Saisonende hat ja auch bei euch damals nicht so wirklich geklappt. Andries Jonker hat dann übernommen und ihr seid trotzdem in der Relegation gelandet. Jetzt lasst zum Abschluss nochmal auf ein Spiel schauen, was dann am 32. Spieltag ansteht. Das ist nämlich das direkte Duell deiner beiden Ex-Vereine. Du hast den VfB gerade schon angesprochen. Das könnte dann natürlich auch möglicherweise ein vorentscheidendes Spiel im Abstiegskampf sein. Wenn es hart auf hart kommt, VfB oder VfL? Natürlich hatte ich in beiden Zeiten oder bei beiden Vereinen sehr schöne Zeiten. Für mich können beide Vereine in die Bundesliga, keine Frage. Ich hatte eine schöne Zeit beim VfB, eine schöne Zeit beim VfL, nur ich glaube, ich bin mittlerweile mehr mit dem VfL verwurzelt. Es sind zum Glück noch ein paar Spieltage hin, dass sich vielleicht die Gesamtsituation ändert bis dahin. Ich bin gespannt. Wie gesagt, für mich können beide Vereine in die Bundesliga. Das Ding ist schwer zu sagen. Ja, ich drücke dem einen mehr die Daumen wie die anderen. Es ist zu beiden Vereinen, es ist noch Verbindung da. Aber wie gesagt, für mich können beide Vereine in die erste Bundesliga. Ja, da sind sich die meisten, glaube ich, auch einig. Ich habe auch jetzt nicht wirklich erwartet, dass du sagst, ja komm, auf jeden Fall muss der VfL das Ding gewinnen. Scheiß auf den VfB, das war mir schon klar. Nein, 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 gar nicht. Aber vielleicht hättest du ja schon eine Präferenz. Aber klar, ja, VfB und VfL jetzt wirklich mit einer langen Bundesliga-Historie beide schon. Auch wenn der VfB natürlich jetzt ein paar Mal in der zweiten Liga war. Machen sich ja jetzt aktuell auch nicht so verkehrt. Aber es wird ein sehr, sehr spannender Abstiegskampf wie jedes Jahr. Und den wirst du mit Sicherheit auch, genau wie wir alle, intensiv verfolgen. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und dann viel Erfolg bei der Trainerausbildung. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Mit Sicherheit. Bis dann. So, vom einstigen Bundesliga-Außenverteidiger Christian Tresch kommen wir jetzt zum ehemaligen Verbandsliga-Bezirksliga-Kreisliga-Kicker Thomas Hiete. Was war's? Grüß dich. Torwart. 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 Torwart, ja. In der? In der Vierer Torwart. In der Vierer Torwart. In der Vierer Torwart. Das höchste war letztendlich, na nein, Bezirksliga war glaube ich dann letztendlich das höchste, was ich nehmen muss. Ja gut. Immerhin. Bei mir hat es für die Kreisliga gereicht. Von daher spielst du schon mal in einer anderen Liga als ich. Aber Torwart, warst du eine richtige Katze? Als ich mich noch gut bewegen konnte, war ich eine richtige Katze, ja. Aber das ist 15 bis 20 Jahre her. Also es ist eine andere Zeit gewesen. Auch was das Torhüterspiel betrifft. Gut, jetzt befindest du dich aber zumindest in der ersten Liga, was das Fußballreporter-Dasein angeht. Bist ja für uns beim VfL unterwegs und hast momentan wahrscheinlich auch einiges zu tun. Der VfL steht jetzt nach dem Nachholspiel gestern Augsburg gegen Mainz auf Platz 14. Und ich habe es gerade schon mit Christian Trescher so ein bisschen angesprochen. Eine Spielidee ist ja nicht wirklich zu erkennen aktuell. Also Florian Kohfeldt, das war auch schon so ein bisschen aus meiner Sicht das Problem, was er bei Bremen hatte dann in der letzten Zeit. Und du kannst ja jetzt auch in den letzten Spielen gar nicht mehr so viel einüben. Was muss Kohfeldt denn jetzt im Endspurt aus seiner Sicht tun? Ja, das muss ich schon ein bisschen korrigieren, weil Florian Kohfeldt hat schon versucht, gerade nach der Winterpause bzw. nach dem Transferende, wo sich der Kader nochmal ein bisschen verändert hat, schon hat er es geschafft, deutlich mehr Struktur in das Spiel zu bekommen. Allerdings bleiben die Ergebnisse nach anfänglichem Hoch mit Siegen gegen Fürth und Frankfurt und zwischendurch noch mal gegen Union, bleiben sie jetzt wieder aus. Und wenn die Niederlagen da sind, ist natürlich auch weniger zu erkennen. Das sind jetzt keine Superspiele, die der VfL macht und dann unglücklich verliert, sondern das sind dann häufig auch jetzt wie gegen Augsburg hochverdiente Niederlagen. Und dann sieht das alles insgesamt nicht so gut aus, wie sich das der VfL vorgestellt hat. Weder zu Saisonbeginn noch zur Winterpause, noch nach Transferende. Und deswegen ist Platz 14 der aktuelle Zwischenstand. Ja, und mit dem Kader, wir haben es eben auch schon im Gespräch gesagt mit Christian Tresch, da solltest du natürlich wo ganz anders stehen eigentlich. Und das fand ich jetzt halt ganz spannend. Ich habe ihn mal gefragt, ich meine, wenn du jetzt ein paar Spieltage vor Schluss da unten drin stehst, ich meine, spätestens dann solltest du es ja eigentlich begriffen haben und die viel zitierten Grundtugenden auf den Platz bringen. Das kriegt der VfL aber wirklich nur bedingt hin. Ich meine, sie haben die schlechtesten Laufwerte in der Bundesliga. Und er hat aber gesagt, aus seiner Sicht ist das keine Charakterfrage. Aber was ist es denn dann? Also am meisten verwundert hat mich die Aussage von Jörg Schmadtke nach dem Spiel im Augsburg, wir müssen Abstiegskampf verstehen. Und da frage ich mich sechs Spieltage vor Saisonende, was haben die die ganze Saison? Also anfangs war Abstiegskampf kein Thema, dann gab es vier Siege zum Start, dann gab es sogar welche, die von der Deutschen Meisterschaft und den Bayern-Konferenten geredet haben. Aber spätestens seit Mitte der Hinrunde, als Marc von Bommel ging, als man acht Ligaspiele in Folge verloren hat, da war das Thema Abstiegskampf muss allgegenwärtig gewesen sein. Und dass die Mannschaft jetzt in 28 Spielen auf einmal vor der Frage steht, versteht sie den Abstiegskampf oder nicht, das verwundert dann schon. Und dann, finde ich, muss man schon über die Charakterfrage nachdenken. Aber ein Problem wird sein, da sind ausschließlich Spieler im Kader, die sind nach Wolfsburg gekommen, um Champions League zu spielen und bestimmt nicht, um gegen Arminia Bielefeld um den Klassenerhalt zu kämpfen. So, und das ist nämlich genau das, was ich auch eben mich frage. Und da fand ich es schon spannend, dass er sagte, ja, das hängt aus seiner Sicht eher mit Fehlerhaftigkeit im Spiel zusammen und dass die Mannschaft da nicht in den Flow reinkommt. Naja, also das wird sich dann jetzt gerade gegen Bielefeld zeigen, ist ja auch so ein Spiel, da sprechen wir natürlich gleich auch noch drüber in unserem Schnelldurchlauf, was jetzt wirklich auch die Richtung für die letzten Spiele vorgeben kann. So, und jetzt ist es natürlich spannend, du hast uns ja eine knackige These mitgebracht, Thomas, denn du hast gesagt, dass Wolfsburg den Abstieg verdient. Warum? Also damit meine ich nicht nur Wolfsburg. Wolfsburg hätte das im Tabellenkeller natürlich verdient, genauso wie Hertha BSC, weil das Klubs sind, die finanziell ganz andere Möglichkeiten haben, als jetzt zum Beispiel Kreuter Fürth sowieso oder auch Arminia Bielefeld. Und selbst der FC Augsburg, auch wenn Augsburg im Winter 16 Millionen für Ricardo Pepi investiert hat, ist das nochmal eine andere Ausnummer. Wolfsburg hat im vergangenen Sommer 50 Millionen in seinen Kader investiert, mit der Hoffnung, ihn breiter, besser für die Champions League aufzustellen und den Erfolg stabilisieren zu können. Hertha BSC, wissen wir, was dort in den letzten Jahren investiert wurde. Und wenn man dann so viele Fehler macht und dann auf Augenhöhe mit diesen Klubs wie Bielefeld und so weiter agiert, dann wäre es, glaube ich, schon verdient, wenn ein solcher Klub absteigen würde, im Gegensatz zu Mannschaften und Vereinen mit deutlich weniger Kapital. Ja, also ich glaube, in Bezug auf diese Aspekte hast du da auf jeden Fall recht. Vielleicht, wenn es um die Leistungsstärke angeht, hat der VfL vielleicht schon ein paar Spiele gehabt, die jetzt andere Teams da unten nicht hatten. Aber ist durchaus eine These, die man vertreten kann. Mal sehen, was dann die VfL-Fans dazu in den Kommentaren sagen. Und jetzt am Wochenende, haben wir schon angesprochen, könnte der VfL zumindest einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Wir schauen auf den 29. Spieltag. Das schnelle Orakel, Thomas. Hast du Bock, den Leuten ein bisschen Input für ihre Tippscheine zu geben am Wochenende? Ja, bin zwar ein überschaubar guter Tipper, aber leg los. Ja, das Fazit können wir dann am Sonntagabend ziehen, was du hier weggetippt hast. Ja, der 29. Spieltag steht an und so sieht er aus. Der VfL am Samstagnachmittag gegen die Arminia, wir haben es schon angesprochen. Ja, stimmst du mir zu, wenn ich sage, das Spiel wird der ultimative Charaktertest im Abstiegskampf? Also nach dem 0-3 in Augsburg und bei allem, was auf dem Spiel steht und bei diesem Gegner würde ich sagen, definitiv ja für den VfL. Weil Arminia Bielefeld ist klar, die wissen vom ersten Spieltag, worum es geht. Und das werden sie bis zum letzten Spieltag wissen. Der VfL muss nun auch nach den Worten von Jörg Schmack gezeigt, dass er verstanden hat, was Abstiegskampf bedeutet. Das heißt, für dich wird es dann auch ein Wolfsburger Sieg, so ich das jetzt rausröre. Da würde ich jetzt, glaube ich, nicht viel Geld draufsetzen. Aber ich tippe schon, dass das ein knapper 1-0-Sieg für den VfL wird, weil die individuelle Klasse im Kader einfach größer ist als bei Arminia Bielefeld. Und dann hast du vorne einen Max Kuhl, einen Lukas Metzscher und irgendeiner wird einen reinmachen. Ja, da muss der VfL aber auf jeden Fall mehr Lösungen im Offensivspiel finden als in Augsburg. Die Bielefelder sind jetzt, was die Defensive angeht, ja auch eine der stärkeren Mannschaften. Sind da, glaube ich, im Tabellenmittelfeld. Also einfach wird es auf jeden Fall nicht. Und der Druck liegt, würde ich sagen, schon auf jeden Fall mehr beim VfL. Da sind die Augen jetzt einfach komplett drauf. Und Bielefeld hat halt auch die Abstiegskampferfahrung und hat es im letzten Jahr dann auch in den letzten Spielen gepackt. Von daher, ja, da kommt auf jeden Fall eine schwere Aufgabe auf den VfL zu. Und die hat möglicherweise auch Dortmund in Stuttgart. Das wäre jetzt eine spannende Frage, finde ich, das Eröffnungsspiel des 29. Spieltags. Der BVB hat ein bisschen was gut zu machen nach dem 1-4 gegen Leipzig. Und der VfB jetzt mit dem 1-1 in Bielefeld. Aber hat sich sehr stabilisiert und muss natürlich auch weiter Punkte im Abstiegskampf sammeln. Also auch aus Wolfsburgersicht natürlich ein spannendes Spiel. Ja, und Stuttgart ohne Sascha Karlajcic, was, glaube ich, ein entscheidender Faktor sein wird. Dortmund mit Haaland, der ihn dann jetzt auch mal wieder treffen will, nehme ich an. Deswegen wird Dortmund in Stuttgart gewinnen. Wenn du den Tipp willst, hast du hier ein 2-1 für den BVB. Ja, aber schweres Spiel für den BVB, beim VfB. Und wie gesagt, auch aus Wolfsburgersicht mit Sicherheit spannend. Und die werden den Dortmundern die Daumen drücken. Ja, und beim Berlin-Derby, was jetzt ansteht, ist natürlich das rassigste Spiel, was da am Wochenende ansteht. Da werden sie mit Sicherheit den Unionern die Daumen drücken. Der Druck ist natürlich komplett beim Team von Felix Magath. Und ja, die jüngere Derby-Vergangenheit für die Herthaner war jetzt nicht so rosig. Was gibt es am Wochenende? Also ich glaube, Hertha schafft es wieder nicht, Union zu schlagen. Aber es gibt auch nicht die dritte Niederlage. Deswegen würde ich ein geschmaltiges 1-1 tippen, was für Hertha WC in diesem Spiel natürlich zu wenig wäre. Und der Felix-Magath-Effekt droht dann zumindest ein bisschen zu verpuffen mit der Niederlage in Leverkusen. Und wenn das Heimspiel dann nicht gewonnen wird gegen Union. Trotzdem, Union ist ohne Max Kruse auch nicht mehr genau das, was es vorher war. Deswegen wird das ein schiedlich-friedliches, würde ich sagen, 1-1. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass die Herthaner das vielleicht sogar mitnehmen würden nach den letzten Derby-Traumata. Und naja, jeder Punkt im Abstiegskampf hilft. Und da kann Felix Magath ja jetzt mal zeigen, was die ganzen Medizinbälle gebracht haben. Genau für so ein Spiel brauchst du das ja eigentlich. Also ja, sind wir auch da gespannt. Er hat sie tatsächlich ausgepackt, aber das war jetzt auch wenig überraschend. Also in Wolfsburg, sage ich mal so, hat es niemanden überrascht, dass Felix Magath die Medizinbälle tatsächlich dann auch im Trainingslager dabei hatte. Aber ich kann mir aber vorstellen, der ein oder andere Hertha-Profi hat die noch nie gesehen in seinem Leben. Von daher, naja, vielleicht ist es ja mal die ein oder andere Maßnahme, die da den ein oder anderen Spieler auch nochmal, ja, vielleicht ein bisschen den Kick gibt, den er dann für den Endspurt braucht. Und Freunde über alle anderen Spiele, ihr wisst es, könnt ihr wie immer alles lesen auf kicker.de, in der Kicker-App und im Donnerstags-Kicker, wo du natürlich auch wieder deinen Spuren hinterlassen hast, Thomas. Und auch ganz erfolgreich natürlich wieder hier bei Was geht Bundesliga. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir, ja, vielleicht, wenn der VfL jetzt nicht gegen Bielefeld gewinnt, dass wir im Endspurt nochmal sprechen könnten, wenn wir ein Abstiegskampfs-Special machen. Dann hören wir uns mit Sicherheit nochmal. Dann hören wir uns mit Sicherheit nochmal. Wenn der VfL gewinnt, glaube ich, dann wird das Thema Abstieg zumindest in diesem Jahr nicht mehr akut. So, das sind die letzten Worte von Thomas Hiete, das nehmen die Wolfsburg-Fans sehr gerne mit. Ja, mal sehen, ob wir uns da nochmal hören, Thomas. Mach's gut, ciao. Danke dir, ciao. Wer es noch nicht gesehen hat, Freunde, dem lege ich jetzt nochmal unser neues Format kompakt ans Herz. Jede Woche bereiten wir euch hier perfekt auf die nationalen und internationalen Highlight-Partien in der Champions League, in der Europa League und in der Bundesliga vor. Daten, Fakten, alles, was ihr wissen müsst und was ihr safe noch nicht gehört habt. Deswegen schaltet da auf jeden Fall am Dienstag wieder ein, am Montag natürlich auch bei Was geht Champions League und lasst uns zu all unseren Formaten immer gerne ein bisschen Feedback da, damit wir das Ganze mit euch zusammen ein bisschen vorantreiben können. Und damit ihr diesen ganzen Content nicht verpasst, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Wir hören und sehen uns am Montag. Macht's gut, ciao.